US-Präsident Trump beendet nach massiver Kritik die Trennung von Flüchtlingsfamilien an der mexikanischen Grenze. Per Dekret verfügte er, dass Eltern und Kinder gemeinsam inhaftiert werden, wenn sie beim illegalen Grenzübertritt gefasst werden. Das Repräsentantenhaus muss noch über einen Gesetzentwurf abstimmen, der die gemeinsame Inhaftierung ermöglicht. Wir halten die Familien zusammen, das wird das Problem lösen. Gleichzeitig bleibt die Grenze stark und wir zeigen weiter null Toleranz. Das gilt gegenüber allen Menschen, die illegal in unser Land einreisen. Rund 2300 Kinder wurden bisher von den Eltern getrennt. Nachdem Bilder von Kindern in Maschendrahtkäfigen gezeigt wurden, distanzierten sich auch Teile der republikanischen Partei. Es hagelte Kritik. Der Gegenwind zeigt Wirkung, die harte Grenzpolitik allerdings auch. Migranten sind verunsichert, ob sie den Grenzübertritt wagen sollen. Allerdings schafft diese Kehrtwende Trumps ein neues, zumindest juristisches Problem. Nach geltendem Recht dürfen Kinder nicht mit ihren Familien in Gefängnissen festgehalten werden.